Der 24. September, ein wichtiger Tag in Deutschland. Bundestagswahl und Caritas-Sammlung im Bistum Augsburg. Beide mühen sich darum, dass es Menschen gut geht, dass Menschen Energie für ihr Leben haben, dass Gesellschaft gestaltet wird. Wir wollen es durch unsere Werke und Taten tun und brauchen dazu ihre Unterstützung. Ich bitte Sie herzlich, sich an dieser Caritas-Sammlung zu beteiligen, die Türen zu öffnen und mit Ihrer Spende etwas Gutes für Menschen in Not zu tun.